Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Ich freue mich auf eine richtig spannende Partie, in der ich euch versuche, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel vom ganzen Schach, das ich euch nur erklären kann, auch wirklich beizubringen und wir starten. Am Brett das 4-Springer-Spiel gegen einen Spieler mit knapp 2,5 auf Leechers. Das kann sehr spannend werden und ja, schottisches 4-Springer-Spiel mit D4-Spiel, ich mit Weiß auch sehr gerne, ist zwar keine Öffnung, mit der man jetzt auf den riesen Giga-Vorteil in der Öffnung spielt, aber trotzdem eine solide Wahl, mit der man vertraute Stellung kriegt, also ist nicht zu unterschätzen. Jetzt frage ich mich, welche Variante Weiß hier spielt, also Läufer D3 ist hier ganz normal, weil gerade gibt es Probleme mit dem E4-Bauer und ich drohe zum Beispiel den Springer zu nehmen und dann den Bauern oder direkt den Bauern, Läufer D3, kurze Rochade, wahrscheinlich kurze Rochade und ja, hier in dieser Stellung gibt es jetzt, also hier spielt man typischerweise D5 und es gibt zwei Pläne für Weiß, also Weiß wird jetzt schlagen auf D5, das verhindert erstens, also wir können zum Beispiel den Springer nehmen, dann den Bauern, also schlagen ist ganz normal und jetzt gibt es die zwei Pläne, von denen ich geredet habe. Der eine alte, der früher sehr häufig gespielt wurde, ist hier Läufer G5, okay, kommt doch aufs Brett, C6, typisch, es gibt natürlich Probleme mit diesem Bauern, den decken wir, weil warum gibt es Probleme, der Springer deckt den und der ist irgendwie durch den Läufer bedroht, es hätte zum Beispiel gedroht, dass der Springer genommen wird und auf Damen schlägt, wäre der Bauer weg. Jetzt haben wir hier ein solides Zentrum, was ist die Idee von Weiß? Weiß argumentiert, ey, du hast hier eins, zwei, drei Bauerninseln und ich habe nur zwei, deshalb ist meine Struktur ein bisschen solider und sicherer und ich kann eventuell mal hier Felder schwächen ausnutzen auf C5 und auf D4, weil da sind so schwache schwarze Felder. Okay, Dame F3 in dieser Stellung, habe ich auch schon gesehen, habe ich auch mit Weiß schon gespielt, ist aber keine richtige Drohung, weil also auf Läufer schlägt, schlagen wir mit der Dame und auf Dame schlägt, schlagen wir mit den Bauern und dann haben wir mit Schwarz sogar das Läuferpaar gewonnen, was sehr schön wäre. Habe ich mit Weiß aber früher auch gespielt, hier getauscht, aufgrund dieser, in Anführungsstrichen, schwachen Bauernstruktur. Ist aber dann ja schon ein Endspiel, wenn die Damen vom Brett sind und dann nur noch, jeder hat dann zwei Türme und zwei Leichtfiguren und dann ist das Läuferpaar auch schon sehr viel wert. Man muss auch in dieser Struktur hier sagen, dass diese Bauern hier neigen zwar zur Schwäche, sind aber jetzt gerade und auch in einigen Endspielen gar nicht so schwach, weil die stehen ja, wir haben ein beschütztes Zentrum, also das ist ein zentraler Bauer, der gedeckt ist und Weiß muss auch vorsichtig sein, dass man hier nicht mal C5 und D4 oder C5 und C4 erfolgreich durchdrückt. Okay, Springer E2 lädt mich ein bisschen zu C5 ein. Auch Läufer G4 muss man überlegen, dann kommt wahrscheinlich Läufer schlägt F6, schlägt. Ja, das ist auch eine interessante Variante. Also Läufer G4 müssen wir jetzt berechnen, da gibt es ja eine komplizierte Variante, Läufer schlägt F6, okay. Weiß kriegt einen Springer, wir kriegen eine Dame, Weiß kriegt noch eine Dame, also es ist ein Springer vorne. Wenn wir jetzt dann den Springer nehmen, ist es wieder Gleichstand und dann kann Weiß entweder nehmen, wir nehmen, wir sind in einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern, sehr hohe Remietendenz oder der Läufer zieht weg. Zum Beispiel die Turm, dann greifen die Läufer wieder an, also Läufer G4 funktioniert hier schon. Ist jetzt die Frage, ist jetzt nicht extrem erfolgsversprechend, Dame schlägt, Springer schlägt, Läufer schlägt Dame, Turm schlägt Dame. Also es könnte zu extremen Vereinfachungen führen, aber wir müssen uns überlegen, Weiß kann ja auch einfach noch die Dame zur Seite spielen. Also Läufer G4 entwickelt mit Tempo, das ist das Schöne dran, aber überzeugt mich jetzt nicht komplett. Wir wollen hier auch nicht nur auf Remie spielen, wir wollen Weiß völlig überspielen. H6 ist interessant, weil mit H6 fragt man den Läufer, ey, was willst du machen? Und das mache ich jetzt auch, erfordert ihn geradezu heraus, hier auf F6 zu nehmen. Das Motiv H6 habe ich in dieser Öffnung schon öfter gesehen, gibt es auch, weil Schwarz ist überhaupt nicht unzufrieden, und wenn sich jetzt hier alles abtauscht, also Dame und Springer gegen Läufer und Dame, habe ich zwar diesen doppelt isolierten Bauern, aber dafür das Läuferpaar, genau, also wir kommen jetzt dazu, jetzt wird Weiße Damen tauschen, sonst hat der Tausch gar keinen Sinn gemacht. Ja, jetzt ist die Bauernstruktur wirklich von Schwarz schlechter, aber man erhofft sich mit dem Läuferpaar einiges zu kompensieren. Zum Beispiel mal Läufer D6 und C5, also warum zuerst Läufer D6? Ich würde gern den Läufer hinter dem Bauern stehen haben. Außerdem kommt es mit Tempo, B2 hängt und also den Läufer hinter dem Bauern stehen haben und C5, weil wenn ich direkt C5 spiele, dann ist der Läufer ein bisschen ausgesperrt, mit C3 kommt er mit Tempo und ist bestimmt auch nicht so schlecht, aber tendenziell will ich hier natürlich auch Läufer E6 spielen. Oder auf ein anderes Feld kann man sich noch überlegen, wohin genau, aber auch den Läufer entwickeln. Schön mit allen Figuren zusammenspielen. Wir haben jetzt vier Figuren, zwei Türme, zwei Läufer, die alle vier gutes Potenzial haben. So, wir wollen nicht nur über die eigene Stellung reden, wir müssen auch ein bisschen auf die weiße Stellung schauen. Hier, weiß hat eine deutlich bessere Bauernstruktur, die haben noch gar nicht gezogen. Es gibt keine Schwächen. Okay, vielleicht ist der B2-Bauer tendenziell ein bisschen schwach, aber ist auf jeden Fall per Definition keine Schwäche. Die Stellung hier spiele ich, oder habe ich mit weiß auch sehr viel gespielt. Typischer Plan ist es hier irgendwie C4 durchzudrücken, also vielleicht ein Turm dahinter, den einen nach C, den anderen nach D und dann C4 durchdrücken. Ist auch, also, ist kein schlechter Plan. So hat zum Beispiel der Ex-Weltmeister Karlif Mann, hoffe er war Ex-Weltmeister, hat darüber geschrieben, über diesen Plan hier in diesem schottischen 4-Springer-Spiel C4 durchzudrücken. Also, es ist, wir sind hier in einer, in einer schon relativ gut analysierten Stellung. Also, ich fühle mich wohl, weil ich, ich, es ist ein Endspiel mit relativ klarem Plan. Wir stellen die Figuren gut auf und fangen dann irgendwann an, hier zu laufen. B3 ist ein Zug, den muss, weiß wahrscheinlich sowieso irgendwann spielen. Hier spiele ich jetzt direkt Läufer D6, wir können schnell spielen, nimmt auch den Springer, das fällt F4. Der Läufer steht hier einfach wunderschön. Was es hier auch gibt, ist so ein Zug, der erscheint jetzt auch komisch, aber Turm B4. Also, ihr merkt, hier bin ich relativ fit, ich spiele die Öffnung einfach für beide Seiten mein Leben lang. Deswegen habe ich hier so, kenne ich so die Züge, also Turm B4 ist besonders, wenn die Damen am Brett sind, kriegt man den relativ schnell Richtung König, kann man sich merken, so ein Motiv finde ich ganz cool. Okay, was will weiß jetzt, also Springer F4 funktioniert nicht mehr so gut. Man kann überlegen, jetzt G3 zwischen, okay, es kommt Springer D4, wir können ganz anders planen. Springer D4 will ich hier rein und den will ich nicht raustauschen, also man kann drüber nachdenken, aber es ist nicht schön. Auf C6 schlagen droht, also erster Instinkt, Läufer E5, fesselt den Springer. Dann kommt, sagen wir, Springer C6 mit einer Gabel zwischen Turm und Läufer. Wenn wir den Turm ziehen, tauscht weiß einfach den Läufer ab, hat gar nichts gebracht. Wenn wir auf Läufer E5, Springer C6 den Turm nehmen, muss weiß, Entschuldigung, Läufer steht jetzt hier auf A1 und der weiße Springer steht auf B8. Weil weiß schlägt auf B8. Jetzt muss man überlegen, kriegen wir den Springer hier, also erstmal hängt der Läufer. Und wenn wir den Läufer wegziehen, zieht der Springer auch wieder weg. Einziges fällt C6 und dann haben wir bei der Sache einen Bauern verloren. Das ist nicht schön, deshalb kann ich das nicht spielen, aber es hängt auch der C-Bauer. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine Lösung für das Problem und zwar nicht zu langsam. Deswegen spiele ich jetzt hier einen soliden Zug, Läufer D7, hätte aber auch jetzt noch viel an der Variante C5 Springer, F5, wie es auch kommt, rechnen können. Okay, zwei Optionen. Erste Option ist, einfach abzutauschen, Läufer schlägt und die Stellung hier, dies Remis. Also dies wird sehr wahrscheinlich Remis sein. Wenn jemand bessere Gewinnchancen hat, dann wahrscheinlich, das kann man nicht mal sagen. Also ich sehe auch Wege, wie man hier noch auf Vorteil spielen kann, aber wahrscheinlich hat Weiß die besseren Gewinnchancen. Aber ich meine, wir kommen auf die E-Linie und Weiß besetzt die E-Linie und wir spielen hier Läufer B4 und behalten die E-Linie. Also das ist ein sicheres Remis, das müssen wir zum Hinterkopf behalten. Wenn wir hier tauschen, sehe ich nicht viel, was passieren kann. So, wir haben aber das Läufer-Paar, eigentlich wollen wir hier auf Sieg spielen. Läufer E5, greift den Tourmann, erfordert eine Reaktion. Dieses Schach bringt nichts, wir ziehen einfach und es ist alles gedeckt. Auf Läufer E5, wichtig anzumerken, das habe ich jetzt als vorausgesetzt genommen, ist aber Schwachsinn. Auf dieses Schach hier verliert Weißmaterial. Wir ziehen hoch, der Springer hängt und der Turm hängt. Und der Springer kann zwar mit Schach zurück, aber den nehmen wir dann raus. Also auf Läufer E5 braucht es eine Reaktion. Der Turm zieht also zum Beispiel hier nach E oder D1, sieht logisch aus. Und wir decken den Bauern, in dem Fall dann wahrscheinlich per H5. Ja. Gefällt mir nicht so gut. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut nach H5. Der Springer steht hier gut und der ist einfach eine gute Figur, ich tausche den raus. Gehe jetzt tatsächlich in Remir ein Spiel, wir dürfen ja nicht übersehen, der Gegner hat auch knapp 2,5 auf Leechers. Das ist eine Zahl, mit der ich auch normalerweise, wenn ich ohne Kommentieren und mit voller Kalkulation spiele, auf jeden Fall zu kämpfen habe. Und ist nicht so schlimm, wenn die Remir ausgeht, aber wir können ja auch diese Stellung noch gut auf Sieg spielen. Wir haben ungleichfarbige Läufer, haben aktuell mehr Zentrum. Ich wollte Turm E8 spielen, da muss man aber mit Läufer D7 rechnen, sagen wir, wir dringen ein, Läufer schlägt C6, wir schlagen auf C2, Läufer schlägt D5 und wir haben den Bauern weniger. Haben zwar einen aktiven Turm, können auch versuchen hier mit Läufer C5 auf diesen schwachen F2-Bauern zu spielen, aber gewinnen tun wir die Stellung nicht mehr, denke ich. Turm E8, Läufer D7, was gibt es noch für Züge? Wieder hochgehen, Läufer schlägt. Okay, wir ziehen zum Beispiel den Bauern vor. D4, ist nicht schlecht, zum Beispiel dann Turm D1, unser Turm steht hier, der Bauer steht da und der Gegner schlägt Läufer steht hier. Turm D1, ja der Läufer steht auf C6 gut, weil wir kommen mit dem anderen Turm nicht nach E8. Also hier in dieser Stellung hält mich einiges davon ab, direkt Turm E8 zu spielen, vor allen Dingen Läufer D7. Deswegen spielen wir hier solider, wir spielen Läufer E5, über den Zug habe ich schon davor auch nachgedacht, der gefällt mir gut. Greift den Turm an, der Turm zieht und perspektivisch haben wir den Zug Läufer C3, wenn uns der Gegner den nicht mit Turm D3 wegnimmt. Ja, Läufer D7 ist wirklich extremst nervig. Sagen wir hier, Läufer C3, ja doch, Läufer C3 ist gut. Bindet den Gegner irgendwie total fest, weil der Turm kommt nicht raus, seht euch das an, der hat kein einziges Feld. Und auf Turm D3 spiele ich jetzt den Zug D4. Das ist der, den wollte ich ursprünglich nicht spielen, weil wir mauern den Läufer total ein. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, einfach weil wir, ich will die Stellung hier mit euch auf Sieg spielen, wir versuchen hier noch einiges. Und wir legen jetzt, also der Turm kommt nicht auf die E-Linie, wir kommen gleich auf die E-Linie. Dieses Schach hier halte ich für ungefährlich, König H8 und ich sehe nicht, wie es weitergeht. Ah, okay, ich habe eine Sache unterschätzt, nämlich die Drohung auf den H-Bau. Zum Beispiel, es gibt einen Schach, wir ziehen den König und Turm H3, dann hängt der Bauer. Und wenn wir den halten wollen, haben wir die Option zwischen so decken, das sieht komisch aus, der Läufer wird wahrscheinlich anfällig. Außerdem will ich den hier auf dieser Diagonale halten, also zum Beispiel auf Läufer E2, Turm E1. Na, können wir drüber nachdenken, aber ich glaube nach Schach, König H8, Turm H3, lasse ich diesen Bauern einfach stehen, gehe schnell auf die E-Linie. Und auf das Schlagen, okay, Schach, König H8, Turm H3, Turm E8, der Turm schlägt, wir ziehen König G7, vielleicht noch einen Schach, wir ziehen wieder runter. Ah, okay. Okay, wir können ja erstmal schauen, ob die Bereitschaft des Gegners da ist, hier einen Dauerschach zu geben. Also König G7, will er jetzt nochmal einen Schach geben, gehe wieder zurück und dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir auf Turm H3 jetzt den Bauern opfern oder Läufer D2 spielen. Läufer D2 sieht natürlich auch gar nicht so schlecht aus. Hier, diese Stellungen haben echt eine Menge an, also es gibt hier, normalerweise sage ich ja immer, und das ist auch Fakt, ungleichfarbige Läufer. Im Endspiel sind eine sehr hohe Remietendenz, aber mit zwei Türmen am Brett gibt es schon noch eine Menge Potenzial, worauf man spielen kann. Also es ist so, mein König ist gerade nicht besonders sicher. Stell dir mal vor, dieser Turm hier teleportiert sich ein Springerzug weit nach G3. Okay, Läufer D7, was die Idee dieses Zuges ist. Okay, natürlich ist der Bauer angegriffen und es verhindert auch, dass wir Turm E8 spielen. Wenn wir hier C5 spielen, kommt wahrscheinlich Turm H5, wenn ich das richtig verstanden habe, was mein Gegner hier vorhat oder Gegnerin. Okay, es ist keine so leichte Stellung. Wir haben nämlich zwei Optionen als Turm B6, sieht mir aber zu passiv aus. Oder wir ziehen wirklich vor oder wir opfern den Bauern. Wir könnten auch wirklich überlegen, den zu opfern, aber ich spiele C5. Sieht einfach solide aus. Wir haben hier eine Bauernkette und wir könnten auch jederzeit hier Läufer B4 spielen. Ist auch nicht so schlimm, weil A3 funktioniert nicht, der wird einfach rausgenommen. Ah, dann Turm A1. Okay, man muss hier wachsam bleiben. Also ich rechne mal direkt hier mit dem Zug Turm H5, der auf den Bauern geht. Wie spielen wir dann? Man kann auch überlegen, hier dann C4 zu spielen und auf Bauer schlägt. Das war der einzige Zug, der den Bauern gewinnt, sonst tauschen wir einfach ab. Und auf Bauer schlägt, mit dem Turm hier reinzugehen. Zum Beispiel nach B2. Ja, das gefällt mir sehr gut. Also wirklich sehr gut. Auf B2 gewinnen wir mindestens Bauern zurück. Gefährlich ist auch den hier zu nehmen und dann einen Freibauern zu haben. Also eigentlich ist hier eine Stellung, glaube ich, C4 schon eine Drohung. Und unter dem Aspekt stellt Turm H5 sich nur auf ein schlechtes Feld, weil von hier aus gibt es das Schach nicht mehr, weil hier Bauern stehen. Also eigentlich, also dieser Läufer hier ist, okay, er spielt Turm H5, halte ich für einen Fehler. C4. Okay, jetzt darf man, glaube ich, nicht schlagen. Also vielleicht, vielleicht kann man auch schlagen und die Stellung, es hat eine riesen Remisbreite, weil wir diese ungleichfarbigen Läufer haben. Aber das Schlagen sieht komisch aus. Lustigerweise funktioniert, wollte ich, ich wollte gerade sagen, Turm C5 auch nicht so gut, weil wir einfach tauschen. Was ist die Idee von Turm C5? Nach C7 gehen? Okay, also wir müssen erst mal nehmen, das ist logisch. Ich denke auch, es nimmt der A-Bauer, damit wir hier keinen Freibauern kriegen, genau. So, was will Weiß? Turm C7. Ich denke wirklich, Turm C7. Was können wir dagegen tun? Naja, Turm B7 mit der Idee, auch Turm E7 zu spielen, gefällt mir super. Ja, können wir so schnell spielen. Wir haben nur drei Minuten Zeit, aber verhindert einfach Turm C7 und der Läufer ist angegriffen. Es kommt also mit Tempo und wir haben hier selbst Turm E7 und auch gleich Turm E8. Und diese Stellung ist schon mit Druck verbunden. Also kann man hier nicht kleinreden. Okay, auf Turm E8 kommt wahrscheinlich Läufer B5. Da muss der Turm wieder ziehen. Okay, wir müssen hier präzise spielen. Mir würde Turm E8 super gefallen, weil wir drohen auch so ein bisschen hier Turm E1. Aber es ist wirklich schwer, diese gegnerische Stellung hier zu durchbrechen. Okay, ich spiele diesen Zug hier. Ah, nee, den spiele ich nicht. Okay, ich spiele Turm E8. Ich lasse Läufer B5 zu, habe aber die Idee hier, dann Turm E5 zu spielen. Ah, aber der Turm schlägt mich, kann ich mit dem Bauer nehmen, weil dann der Turm hängt. Okay, war zu kurz gedacht. Also Läufer B5 nervt hier. Aber es ist jetzt kein Riesenproblem. Wir haben dieser Läufer hier, so ein Monster, der nimmt hier die beiden wichtigen Turmfelder des Gegners weg. Okay, G3. Okay, ich spiele mal Turm E5. Verbessere meine Stellung. Mit einem potenziellen Turmtausch wäre ich zufrieden. Dann schlage ich mit den Bauern, verbessere meine Struktur und plane hier mit E4 durchzubrechen. Okay, will er verständlicherweise nicht. Turm C4. Okay, und das ist wirklich schwer, hier irgendwo Fortschritt zu machen. Diese Stellung ist schon ziemlich, ja, wie soll man sagen, versteinert. Ich spiele jetzt mal F5, versuche hier meinen Doppelbauern aufzulösen mit F4. Auf F4 geht es in dieser Stellung überhaupt? G schlägt F4. Naja, sieht komisch aus, hier so die Struktur, also zum König hin zu öffnen. Könnte gefährlich sein, aber wir müssen auch noch nicht direkt F4 spielen. Könnte erst mal König F6, König G5 spielen. Wobei, dann laufen wir in so F4 Sachen rein. Okay, wie sieht es aus mit der Idee Turm E8? Ist auch ohne Biss zum Beispiel einfach tauschen, tauschen, König E7. Also aktuell tut es uns gut, glaube ich, dass wir, oh, das sieht da ein bisschen offen aus, aber kann sein, dass ich mich da täusche. F4. Hm. Okay, also erstmal hängt hier der Bauer F5. Wenn wir den Turm aufs falsche Feld ziehen, ähm, das ist eine spannende Stellung. Ähm, zum Beispiel Läufer, äh, Turm E3. Läufer schlägt F5 nur als Idee, ihm das Bauernopfer anzubieten. Ähm, und wir können reingehen auf die, auf die vorletzte Reihe. Zum Beispiel der Läufer D3 ziehen den Turm, aber er hat uns dann, glaube ich, nicht so viel gebracht. Also ich, halt dann lieber diesen Bauernopfer, oder, ha, es ist, hier ist wirklich nicht leicht. Also, ähm, die Idee, ihn zu provozieren, zu nehmen und wieder hochzugehen auf die vorletzte Reihe, ist sehr verlockend. Ähm, wir dürfen es aber auch nicht übertreiben in dieser Stellung. Ähm. Zum Beispiel, wir bleiben hier, Turm A5, dann nervt wahrscheinlich Turm C7. Okay, oder wir gehen doch hoch, tauschen ab, Schach, König F2. Hm, okay, ist nicht, ist nicht so leicht. Ich spiele diesen Zug, Turm E3, bin bereit, potenziell hier einen Bauern zu opfern. Mit Läufer schlägt F5 nur, um mit Turm E2 auf die vorletzte Reihe zu kommen. Dann kann der Läufer zwar mit Tempo wieder zurück, wir ziehen aber nach D2 und haben dadurch ein bisschen was erreicht, nämlich, nämlich, dass wir hier jetzt den König eingesperrt haben, der kommt nicht mehr raus, kann sich nicht mehr aktivieren, unserer kann sich schon aktivieren. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts übersehen, aber, also, wir haben jetzt den Bauern geopfert, was in einem ungleichfarbigen Läuferendspiel tatsächlich nicht so viel wert ist, weil, also, die haben eine, was hier zählt, ist wirklich die Aktivität und deshalb habe ich mich jetzt hier getraut zu opfern. Okay. Droht hier auf A7 zu nehmen und droht noch schlimmer Läufer C4. Ich hoffe mal, dass das Ganze hier nicht nach hinten losgeht. Läufer C4 ist aber eigentlich keine so eine krasse Drohung, glaube ich. A5, Läufer C4, wahrscheinlich kann ich sogar nehmen, habe einen Freibauern. Ist riskant, hier jetzt auf Läufer C4 wirklich zu fressen. Sagen wir, es kommt Turm F7, König G6, Flucht nach vorne, F5, puh, das ist eine Hardcore-Stellung. Aber so kann es passieren mit ungleichfarbigen Läufern. Eigentlich genau das, was ich hier raufbeschworen habe und genau das, worauf ich auch Lust hatte. Eine schöne, unklare Stellung, würde ich sagen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir hier irgendwas schönreden will. Es ist wirklich, also ich habe hier jetzt den Bauern geopfert, habe dafür aber den Turm auf die vorletzte Reihe gekriegt. Und, aber der Gegner hat auch gute Chancen. Was natürlich mein Riesen-Plus ist, ist, also mir gehört die E-Linie und dieser Turm, der kommt einfach nicht ins Spiel. Was mir, woran es mir mangelt, ist leider ein Plan. Ich sehe nichts, okay, Turm F2, verstehe ich, warum der kommt. Weiß versucht hier irgendwie Aktivität zu kriegen, aber wir können hier keine Türme tauschen. Schach, große Frage, was jetzt kommt. Okay, König zieht, das wird spannend. Ich überlege über sowas hier. Oder, wir spielen es wirklich solide und ruhig. Läufer D3. Idee ist hier, den nach E3 zu stellen. Und dann habe ich auch so Turm G1-Ideen. Wie viel das bringt, weiß ich nicht. Es ist wirklich hier Kampf um Leben und Tod. Es ist mit Läufer E2. F2 ist vielleicht auch unangenehm. Zum Beispiel Turm E1. Danach zieht der Läufer. Also hier war Turm F2 auf jeden Fall ein guter Befreiungsschlag, den ich wahrscheinlich hätte irgendwie verhindern müssen. Aber ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie. Und wir brauchen einfach einen soliden Plan, den ich aber aktuell noch nicht sehe. Also, okay, Läufer E2 tatsächlich. Turm E1 habe ich was übersehen. Der Läufer zieht. Aha, okay. Unser Läufer hängt. Und F7 auch. Wir können diesen Punkt einfach nicht decken. Dieser Läufer muss ziehen. Ja, das ist doof. Das ist, äh... Da habe ich tatsächlich was übersehen. Ähm... Turm F7. Schade. Das ist... Also, noch nicht... Auf keinen Fall irgendwie... Oh, Läufer schlägt. Schlägt. Schach. Okay, Läufer schlägt. Das ist interessant. Wir dürfen mit dem Turm auf keinen Fall aufs falsche Feld gehen. Sonst gibt es den ekligen Abzug. Aber wie sieht es denn aus mit Turm F8? Boah, ist wenig Zeit. Ähm... Sehr schwierig. Wir können nicht nehmen, weil dann wird der Turm genommen. Gibt keinen starken Zug in der Stellung. Ähm... Okay, das ist jetzt sehr impulsiv. Ich spiele Turm D8. Es gibt jetzt den Läuferabzug. Denke ich mal. Der Turm hat nicht so viele Felder. Wir drohen eventuell hier mal vielleicht durchzudrücken, aber... Wirklich als Drohung bezeichnen kann man es auch nicht. Auf einen einfachen Turmzug sagen wir Turm F1. Wie spielen wir? Schach. Dann auf jeden Fall Schach. Ähm... Und dann... Gibt es ein bisschen Probleme hier auch mit dem H-Bauern. Vielleicht muss der König dann dranbleiben. Wir aktivieren vielleicht den Turm. Okay, es gibt dieses Schach. Das hätte man unbedingt überlegen müssen, wo man jetzt mit dem... König hingeht. Wir gehen mal aufs sicherste Feld. Natürlich auch das Passivste, aber... H8. Es gibt jetzt kein weiteres Schach. Okay, Turm zieht. Sehr wenig Zeit. Schach. Und zieht der König wahrscheinlich nach F3. Schwierige Stellung. Ähm... Der A-Bauer ist schwach. Ich weiß nicht wirklich, was man auf König F3 spielt. Ähm... Ich spiele jetzt mal hier mit schnellem Zug hier Ideen ein bisschen zu öffnen Richtung König. Aber... Also zum Glück haben wir diesen... Boah... Zum Glück haben wir diesen guten Läufer hier. Der doch einiges an Aufgaben erfüllt. Aber jetzt hier mit der Idee... H4. Also zum Beispiel aufschlagen. Okay, das... Überraschend. Will er mich direkt matt setzen? Das ist echt unverschämt. Ja, will er. Es droht gerade matt. Puh. Das war... Das war krass. Ähm... Gebt mal einen Schach. Wenn der König jetzt... Ja, der geht wahrscheinlich nach G4. Der geht hier hin. Droht wieder dieses matt. Das ist ja krass. Ähm... Ja, ich sehe keine... Keinen richtigen Zug hier. Ähm... Außer Turm H1. Jaja, das ist jetzt unser König total schwach geworden. Also es ist echt... Es ist ein harter Kampf. Ähm... Wirklich keine Zeit. Ich spiele diesen schnellen Zug. Aber... Hm... Das ist... Ich weiß nicht genau, was mein Plan ist. Ähm... Vielleicht auf den Gehbauern gehen. Oh, er opfert. Er opfert. Das macht es wieder spannender. Top G6. König zieht. Wenig Zeit. Aber... Vielleicht mehr Chancen. Nummer 8. Ich würde hier gerne tauschen. Aber ich meine... Die Stellung ist verloren. Wir haben... Ähm... Wir haben... Der Gegner hat hier diese Freibauern. Die sind sehr stark. Und... Es gibt hier einfach... Nicht so viele Chancen in der Stellung. Aber... Ah... Okay. Fün forciert. Ach, nee. Es ist... Es ist leider... Leider... Wirklich... Eine sehr schwache Stellung. Ähm... Hier. Der Bauer zieht einfach weiter nach vorne. Schade. Okay. Er will das nicht. Okay. Also ich... Freiwillig tausche ich hier nicht. Diese drei Freibauern sind einfach zu krass. Okay. König ein bisschen aktiviert. Ja. Vielleicht gibt es hier doch noch Chancen. Aber ich... Will mir jetzt mal keine Hoffnung machen. Aber... Also die Königsaktivität hat auf jeden Fall mir gut getan. Ähm... Naja. Also es war... Der Läufer in Verbindung mit den Bauern ist zu stark. Also ich habe hier... Es reicht leider nicht. Zum Beispiel hier G7. Sieht völlig ausreichend aus. Hm. Okay. Okay. Jetzt wird es spannend. Ähm. Ich kann hier überlegen zu opfern. Das ist... Ja. Ich opfe. Ähm. Ist aber glaube ich verloren. Also ich hätte jetzt... Ich glaube eine bessere Chance bietet sich nicht mehr. Weil er hätte es gar nicht zulassen können. Aber jetzt nach G7. Ähm. König F6. Muss der Turm einfach nur ziehen. Ähm. Ähm. Und wenn ich tausche... Verliere ich direkt... Das Bauernendspiel. Wenn ich den aber nicht nehme... Ähm. Gibt es auch keine Chance. Ja. Ja. Keine Zeit. Ich gehe hier ins Bauernendspiel. Aber das ist natürlich verloren. Glaube ich. Kriegt weiß auch gut hin. Mit 2-5 auf Leechers. Aber ich bin gespannt. Vielleicht gab es ja noch irgendwo einen Punkt, wo diese Partie tatsächlich noch... noch Remi war. Okay. Jetzt überlegt er aber lang. Ähm. Einfach den... Gegnerisch... Also er muss einfach nur unseren König hier... sagen abtreiben. Hier zum Beispiel König P7. Oder das gewinnt auch. C5 gewinnt auch. Ich werde ihm mal noch den Putt-Trick stellen. Ähm. Wie geht der hier? Nein. Hier geht es gar nicht. Ja, okay. Das ist ja peinlich hier weiter zu spielen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir analysieren jetzt. Wenn ihr Lust habt auf einen super Trainingsgrundkurs, mit dem ihr mal richtig gute Schach-Basics kriegt, dann klickt auf den Link unten. Ähm. Da habe ich mir riesige Mühe gegeben. Dabei hockt die ganze Zeit eine Anfängerin, die immer Fragen stellt, wenn irgendwo irgendwas unklar bleibt. Ist echt cool. Das Feedback ist Hammer. Ich freue mich auf euch. So. Jetzt zur Analyse. So. In dieser Partie hatten wir relativ lange Theorie am Brett. Nämlich immer noch tauschen, tauschen. Läufer G5, C6, Dame F3. Turm B8. Springer E2. Läufer... Ah. Hier wäre Läufer G4, über den ich nachgedacht habe. Tatsächlich Theorie gewesen. Ich hatte irgendwie Angst vor Dame G3. Ah. Tauschen. Läufer schlägt. Aha. Und Läufer D6. Verstehe ich noch nicht hundertprozentig, warum das so toll ist. Ähm. Wir haben ja nur das Läuferpaar gegeben. Zum Beispiel hier. Dame H4. Ach so. Der B-Bauer hängt. Okay. Das ist interessant. Also hier kann man... Wahrscheinlich ist es wie ein Gambit von Weiß. Ähm. Aber in der Stellung nach H6. Dame schlägt, Dame schlägt. Da haben wir einfach eine ausgeglichene Stellung. Läufer D6 war hier nicht so genau, wobei wir jetzt hier... Also hier haben wir eine Partie Carlsen gegen Giri. Mit schwarzen Nepomniatchi, So. Kamski. Also die Stellung hier ist, ist, äh, ganz oben auf jeden Fall zu finden. Die spielen aber meistens Turm E8. Ähm. Wobei auch Läufer D6 vorkommt, aber Turm E8. Das sind jetzt die kleinen Feinheiten. Ich glaube, das macht für uns keine Riesenunterschiede. Ähm. Springer D4. Ja, Läufer D7, aber es war schon zu sehr vereinfacht hier. Das hätte man wahrscheinlich mit Turm E8 vermieden. Und Läufer F5 ist hier besser. Okay, weil jetzt... Stimmt. Läufer D5 sieht gut aus. Ähm. Weil wenn wir den einfach decken, tauscht Weiß Läufer ab und schlägt dann auf C6 raus. Und wenn wir hier auf, ähm... Ups. Wenn wir hier auf Läufer F5 einfach den Läufer rausnehmen, dann gibt es einen guten Springer gegen einen schlechten Läufer. Der steht hier auf diesem weißen Feld. Der Läufer ist schwarzfeldrig. Ähm. Und wir verlieren außerdem auch einem Bauern. Weil wenn wir jetzt diesen Bauern decken, kommt Springer E7. Okay. Nach diesem Tausch ist die Stellung... Also das ist... Aber die Engine sagt, es ist schon besser für... Besser für Weiß. Aber wird wahrscheinlich Remis sein. Läufer C6, Läufer D3. Oh. Turm G3. König H8. Turm H3 ist wahrscheinlich immer noch Remis. Aber schon unangenehm für Schwarz. C5. Krass. Hier hätte ich die Stellung echt anders eingestellt. Ich dachte, ich wäre derjenige, der auf Vorteil spielt. Aber... Ja. Mit der Struktur eigentlich logisch. Ich dachte nur, ich hätte irgendwie... So dank dieses Läufers die Aktivität. Arschlägt B3. Turm B7. Okay. Also Weiß hat hier wirklich gut gespielt auch. Ähm. In diesem Endspiel hier gab es jetzt nicht so viele Ausschläge. Dieses F5 war aber total ungenau. Ähm. Besser wäre es gewesen, hier einfach ruhig zu halten. Und ich weiß nicht genau, wie Weiß hier Vorteil... Also wie Weiß hier langfristig Vorteil erlangt. Aber jetzt in dieser Stellung, als der Bauer gefallen ist, ähm. Sieht die Engine hier schon riesen Probleme. Und hat man in der Partie auch ein bisschen gemerkt, der Gegner hat sich hier fröhlich weiter aktiviert. Und ich hatte dann hier an dieser Stelle zwei Bauern weniger. Also es war auch nicht so genau gespielt. Und Weiß hat mich jetzt hier dann im Endspiel auch mit einem aktiven König leider auseinandergenommen. Da hatte ich aber auch ein bisschen in der Partie falsche Wahrnehmung. Dieses Qualitätsopfer hier muss nicht sein. Also so zum Beispiel Turm a7 auf den schwachen Bauern gehen. Ähm. Den kann ich hier schon gar nicht mehr so gut decken. Zum Beispiel auf Turm h5. Ähm. König g4. Hat der Turm nicht mehr so tolle Felder. Wenn der jetzt versucht, diesen Bauern unbedingt weiterzudecken, gehe ich matt in 2. Mit Turm h2. Also ich habe auch viel zu viele Schwächen. Mein König ist passiver. Muss man nicht die Qualität opfern. Aber hat hier auch dann locker gereicht. Die Freibauern sind so krass. Mal schauen hier. Da. Oh ja, das war wirklich unnötig. Schaut euch das an. Von 7,5 auf 0,9 Vorteil. Ähm. Krass. Hier einfach Turm c7. Ja klar. Und droht matt. Turm g7. Turm c5. Und die Idee ist hier dann mit Tempo f6 zu spielen. Nach Turm c4 sollte ich unbedingt die Türme tauschen. Läufer schlägt. Und die Engine sieht hier mehr als ich. Die spielt Turm c8. Das ist irgendwie Läufer d3. König g7. Und man kann wahrscheinlich eine Blockade hier auf den Schwarzfelder halten. Hier ist eine Tablebase. Also wo diese Datenbank in der es diese Stellung hier gibt. Und die sagt, das ist Remy. Nach König f6. Also ich hätte es noch ins Remy retten können. Weil hier kommt, kommt, weiß nicht mehr weiter. Es ist krass. Ähm. Okay. Und nach Turm a5 ist es aus. Naja, besserer Versuch wäre hier noch, ähm, auf die achte Reihe und dann mit dem Turm nach F zu gehen, damit die Bauern irgendwie nicht mehr weiterlaufen. Aber ist auch verloren. Ja, hier hatte ich auch wenig Zeit. Und, also, es ist verloren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich echt, dass ihr hier seid. Liked das Video. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns übermorgen. Ciao.